Herzlich willkommen bei unserem Video FAQ. Wir haben euch über Social Media und bei uns im Forum die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen zum Test von The Last of Us Part 2 oder auch zum Spiel. Maja hat die gesammelt und gebündelt. Wir können nicht alle beantworten. Ich glaube, es waren über 50, aber wir versuchen so viele wie möglich zu beantworten, Maja. Ja, wir haben auch ein paar leider ein bisschen kürzen müssen, weil ihr auch gerne viele schöne Beispiele genannt habt, die natürlich sehr geholfen haben, aber die wir jetzt ein bisschen rausgekürzt haben. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Genau, damit wir es kurz und knackig halten, fange ich direkt mal an mit der ersten Frage. Last of Us 1 war 14 Stunden lang und der zweite Teil soll also 30 Stunden Spielzeit bieten. Fühlen sich manche Passagen gestreckt an und ist die Open World wirklich nötig gewesen? Also es gibt keine klassische offene Welt wie in so einem Assassin's Creed oder sowas. Es sind immer noch Abschnitte, die eine Grenze haben. Irgendwann kommt also ein künstlicher Stopp, aber Naughty Dog hat die Areale so weit gestaltet, dass man tatsächlich das Gefühl bekommen kann, es handelt sich um eine offene Welt. Man kann ja auch reiten zum Beispiel. Was die Streckung betrifft, das ist natürlich immer so eine Wahrnehmungssache. Ich habe das sehr genossen, dass es auch mal Passagen gab, in denen ich das Gefühl hatte, ich kann hier so ein bisschen umherstreifen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Dinge künstlich gestreckt worden sind, zumal man immer neue Schauplätze auch erkundet. Grandiano fragt, trägt die Atmosphäre die ganze Spieldauer und macht die eintönigen Spielmechaniken irrelevant? Ja, da klingt so ein bisschen diese oftmals geäußerte Kritik durch die Spielmechanik bringt nichts Neues. Dabei ist dieses, das ist ja ein Action-Adventure und das verbindet sehr viele Spielmechaniken. Also du hast zum Beispiel Stealth-Taktik drin, du musst dich verstecken, du musst schleichen, im Gras verschwinden, du musst lauschen. Dann hast du Survival-Horror-Elemente drin, du musst auch mal die Beine in die Hand nehmen und wegrennen. Also du musst vorsichtig sein. Dann natürlich Shooter-Elemente, wenn du in Deckung gehst, deine Waffe ziehst. Nahkampfelemente sind drin. Hinzu kommen dezente, zumindest Rätsel-Elemente, die sowohl physikalisch als auch logisch organisiert sind. Also eigentlich ist die Spielmechanik sehr vielfältig und die geht mit der Atmosphäre eine Verbindung ein. Also man kann das nicht immer so trennen. Die Sachen bedingen einander und unterstützen sich. Patrick fragt, gibt es einen Hauptantagonisten im Spiel oder geht es nur um die beiden sich bekämpfenden Parteien? Ich werde natürlich nicht allzu viel verraten, aber es geht nicht darum, es geht nicht um diesen einen Gegner. Es gibt mehrere Fraktionen im Spiel, auch mehr als zwei. Und das ist ja das Interessante an diesem The Last of Us Part 2, dass dieses Freund-Feind-Prinzip eigentlich auch immer so ein bisschen gedreht wird und dass man die andere Seite ein bisschen auch kennenlernt, sodass man nicht sagen kann, dass es wie sonst in Spielen quasi auf der einen Seite das Gute und da ist das Böse. Das gibt es so nicht. Dann kommt die Frage von Masso. Irgendwann um die Ankündigung von Part 2 herum konnte man von Neil Druckmann vernehmen, dass der erste Teil das Thema der Liebe aufgreift und der zweite Teil nun dem Hass gewidmet wurde. Kann man das ohne zu spoilern so stehen lassen? Ja, für mich ist es ein bisschen zu schwarz-weiß, aber es stimmt schon, dass der Hass ist ein Leitmotiv innerhalb der Story und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und da spiegelt dieses Spiel auch ein bisschen die Gesellschaft. Also es geht zum Beispiel um Rachlust auf der einen Seite, das ist ja immer das erste Motiv, wenn es um Hass auch geht, aber es geht auch um andere Geschichten. Also man kann schon sagen, dass der Hass, den auch diese Fraktionen aufeinander haben, dass der das wichtigste Motiv in diesem Spiel auch ist schon. Trotzdem möchte ich dazu sagen, dass die Liebe ja auch dazugehört. Das ist ja die andere Seite dieser Medaille, dieses emotionalen Motivs auch. Das heißt, die Liebe spielt auch eine Rolle. Es gibt viele Beziehungen in diesem Spiel und dieser Konflikt zwischen und dazwischen ist ja irgendwo die Menschlichkeit. Also wie viel Hass kann ich überhaupt verarbeiten und austeilen, ohne dabei meine Menschlichkeit und auch meine Fähigkeit zu verlieren, jemanden zu lieben? Dann die nächste Frage von Kai. Die wurde auch schon häufiger gestellt und zwar, wird die Konsole wirklich laut wie noch nie bei The Last of Us. Ja, ich habe auf einer Playstation 4 Pro gespielt und das war eine ganz normale Lautstärke für mich, was den Lüfter betrifft. Ich kann natürlich jetzt nicht, ich habe das nicht in jeder Edition der Playstation-Hardware auch nicht auf der älteren normalen Playstation 4 getestet, aber da kann ich zumindest so weit Entwarnung geben, dass es auf der Playstation 4 Pro nicht besonders laut wird. Das ist ja schon mal beruhigend. Die nächste Frage kommt von Mark. Neil Druckmann sagte einst, dass dieses Spiel hoffentlich etwas über Empathie lehrt. Sind also die vermeintlichen Plotholes einfach Aufforderungen an den Spieler, den eigenen Denkapparat anzustellen? Ja, das mit dem Denkapparat möchte ich nochmal in die Runde schmeißen, ganz gerne an alle da draußen bevor ihr. Also über dieses Spiel wurde so viel im Vorfeld geurteilt und erzählt und jetzt auch diese Geschichte mit den Plotholes. Spielt es erstmal selbst durch. Und was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass das Thema Empathie, was ja auch mit Hass und Liebe auch zu tun hat, eine Rolle spielt und zwar eine sehr wichtige Rolle. Ich würde sogar sagen, dass trotz dieser Oberfläche der Gewalt, die er auf Comic-Niveau überzeichnet auch letztlich, was die Masse an Tötungen betrifft und auch diesen ganzen Kampf, dass unter dieser Oberfläche etwas Tolles passiert, was auch gute Filme hinbekommen, gute Serien, dass man eben ein Mitgefühl, Verständnis auch entwickelt für andere Charaktere. Es geht nicht um eine stumpfe Gewaltorgie, die gar keine charakterlichen Anknüpfungspunkte an irgendwas hätte oder gar keine emotionalen Anknüpfungspunkte. Also Empathie, ja, spielt eine Rolle und ja, die Spieler werden dazu angeregt, selbst nachzudenken. Das kann nie schaden. Die nächste Frage von Redsch 1984 geht in eine ähnliche Richtung. Mit dem Leak wurden ja große Teile des Storypreises gegeben und ein widerlicher Aufschrei der Fans fand statt. Inwieweit tangiert dich sowas? Wie diskutiert ihr das in der Redaktion untereinander und würdet ihr auch solche oben genannten Gaming-Themen als Videokommentar veröffentlichen? Ja, der Aufschrei war aus vielen Gründen groß, weil dieses The Last of Us Part 2 Themen wie Sexualität, wie Gewalt, wie Politik, wie auch gesellschaftspolitische Tendenzen natürlich irgendwo anspricht, auch durch diese ganze Vorgeschichte. Deswegen war es einerseits verständlich, hinzu kamen ja auch noch die Vorwürfe, was das Betriebsklima betrifft oder die Arbeitsverhältnisse bei Naughty Dog, die wir alle gar nicht so wirklich faktisch hinterfragen können oder die wir nicht wirklich, wo wir keine Beweise haben, keine Quellen. Deswegen hat mich das nicht gewundert, dass es dann auch Ausschläge gab. Denn letztlich, das Spiel ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen seit ein paar Jahren. Und das bedeutet, dass jeder spielt. Eben auch die Intoleranz, der Extremismus und auch letztlich auch genug Arschlöcher da draußen. Deswegen wundert es mich nicht, dass die sich dann auch äußern. Die Hitze in dieser Debatte, die hat mich schon gewundert, weil wir sprechen über ein fiktives Spiel hier. Jedes Studio, jeder Entwickler darf seine Vision, seine künstlerische Vision einer Welt, die er erfindet, darf er mitteilen. Und wir haben uns unterhalten in der Redaktion. Wir werden auch dazu noch einen Talk machen. Ich werde das auch noch weiter diskutieren. Es ist halt nicht so einfach, dass jede Empörung ist nicht gleich widerlich. Manche sind auch verständlich, aber die Art und Weise, dieser Fanatismus dahinter, der letztlich auch offenbart, welche Probleme diese Gesellschaft hat, der hat mich dann doch schon ein bisschen gewundert. Ja, kann man sagen. Kommen wir direkt zur Frage von Bobby Peru und Beksinski aus dem Forum hat die Frage ähnlich gestellt. Ist es PR-Geschwafel oder entspricht es tatsächlich der Wahrheit, dass man relevante Story-Bestandteile verpassen kann aufgrund der Waldläufigkeit beziehungsweise andersrum? Lohnt sich das akribische Erforschen generell? Also man kann, ich hatte ja schon gesagt, das ist keine offene, keine komplett offene Welt. Man kann wichtige Bestandteile der Story oder der Geschichte nicht verpassen. Das ist nicht möglich. Letztlich ist dieses Spiel ja auch linear aufgebaut. Innerhalb dieser Areale, die von A nach B führen, kannst du allerdings mehr oder weniger entdecken. Dazu gehört auch die ein oder andere kleine Geschichte. Man findet zum Beispiel, wenn man ein komplettes Areal erforscht, findet man ja auch alle Notizen, alle Saves und so weiter. Und innerhalb dieser Notizen, die man findet, erfährt man mehr auch über die Figuren, denen man begegnet. Man erfährt auch mehr über seine Feinde. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Also man ist in einem Kampf oder man ist in einem Konflikt und erfährt dann, dass die Leute, die einen jagen und die man vielleicht für Fanatiker hält oder für brutale Banden oder irgendwas, dass die eben auch eine Familie haben. Das erfährt man allerdings nur, wenn man wirklich sich umschaut. Nur die Hauptgeschichte, da kann ich alle beruhigen, die verpasst man natürlich nicht, wenn man jetzt relativ straight durch diese Level geht und der Story folgt. Okay. Kommen wir zu der Frage von Lukas. Und zwar fragt er, warst du mit der Auswahl an Waffen zufrieden? Ja, ich bin ja auch, ich bin Privatbogenschütze, auch so ein bisschen. Deswegen habe ich mich gefreut, dass ein Bogen dabei ist. Aber es ist ja letztlich, ist es ein amerikanisches Action Adventure. Und das Arsenal, was da drin ist, reicht von der Pistole halt bis bis zum Schnellfeuergewehr. Im Nahkampf hat man halt alles Mögliche zur Verfügung. Also wer sich, also da ist wirklich all das drin, was eigentlich Standard ist. Und man kann auch mit Zielvisieren, kann man diese Waffen, noch upgraden. Man kann ihre Stabilität oder auch ihre Durchschlagskraft vergrößern, verbessern an Werkbänken. Also das Waffenarsenal ist quasi, da ist für alle was dabei. Bishorna Fotos fragt, hat es in irgendeiner Form einen Wiederspielwert? Ja, du kannst im ersten Durchlauf der Story, die je nach Spielweise, kann das 25 bis 35 Stunden dauern, wird man vermutlich nicht alle diese Texte finden, nicht alle Saves, nicht alle Geheimnisse. Das ist natürlich eine Sache, was man für ein Spieler ist. Wenn man reiner Story-Spieler ist, dann reicht, glaube ich, dieser erste Durchlauf erstmal aus, um sich für zwei, drei Tage damit zu beschäftigen gedanklich, was man da gerade erlebt hat. Also es gibt quasi keinen erzählerischen Ansatz dafür, nochmal spielen zu wollen, weil es ja auch keine Entscheidungen gibt in dem Spiel. Man kann nichts selbst bestimmen. Es gibt also auch nur ein Ende in dem Sinne. Aber es gibt natürlich für die Leute, die einfach vervollständigen wollen, auch die Trophäen und Erfolge und sowas haben wollen, gibt es natürlich eine Möglichkeit, noch alles zu kompletieren. Und nach dem Durchspielen wird neues Spiel plus freigeschaltet. Da hat man also auch direkt Zugriff auf all das, was man schon entwickelt hat an Talenten und kann dann versuchen, die zu maximieren. Dann fragt PX Leon, wird es wieder einen Multiplayer geben? Das weiß ich gar nicht. Es gibt keinen. Zumindest in der Testphase, die ich hatte, wurde keiner freigeschaltet und ich habe auch bisher keine Informationen dazu. Den gab es ja. Vielleicht schiebt Naughty Dog da noch was nach, aber da muss ich passen. Da habe ich keine Infos. Können wir ja vielleicht noch in irgendeiner News nachreichen, sobald wir da mehr wissen. Manuel P90 fragt. Was macht The Last of Us so besonders? Im ersten Teil war es die Beziehung zwischen Ellie und Joel. Eine Rache-Feldzug ist in einem Spiel nichts Neues. Was macht es bei Part 2 so besonders? Habe deinen Test gelesen, würde mich dennoch über eine Erläuterung freuen. Ja, die Rache ist natürlich nichts Besonderes. Die Gewalt ist nichts Besonderes. Letztlich, auch wenn sie vielleicht noch extremer inszeniert wird, das ist alles nichts Besonderes. Das wichtige Stichwort war Beziehung. Das, was The Last of Us im ersten Teil mit Joel und Ellie angefangen hat, das führen sie weiter. Es gibt viel mehr Beziehungen. Die Beziehungen werden vertieft. Es gibt unheimlich schöne Momente, die mich halt erinnert haben an die Qualität, die auch gewisse Filme und natürlich dann eben Schauspieler haben, die ohne Worte alleine über ihre Mimik oder ihre Mimik und Gestik nonverbal ausdrücken können. Dass sie eben gerade zutiefst traurig sind, zutiefst verletzt sind oder eben sowas. Das ist das eine. Also die Beziehungen werden tatsächlich nochmal vertieft. Das war richtig gut. Und das andere, das ganz Wichtige für mich, das absolut Entscheidende. Kein anderes Spiel bietet diese Art der Perspektivwechsel, die dem Spieler auch den Spiegel vorhalten. Kein anderes Spiel da draußen. Es gab so viele Spiele, die Beziehungen und auch dramaturgische Elemente hatten. Final Fantasy, gewisse Rollenspiele, andere Geschichten. Aber kein Spiel erreicht eine ähnliche oder bringt auch einen ähnlichen Mut mit, um mit gewissen Traditionen, die etabliert sind innerhalb des Storytellings, A, zu brechen und B, dem Spieler quasi wirklich aufzufordern, nachzudenken und eben sich in einen anderen Charakter auch mal hinein zu versetzen. Das ist wirklich klasse. Das ist außergewöhnlich. Also der Perspektivwechsel. Da passt ja auch eigentlich die Frage zu The Original Okin. Welches Spielelement hat dich am meisten positiv überrascht und warum? Das, was mich, wenn ich jetzt mal die Mechanik betrachte, ist es keine Überraschung gewesen, weil spielmechanisch, was die Stealth Action betrifft oder auch die Survival-Horror-Elemente, die Shooter-Elemente, die Rätsel-Elemente, da hat Naughty Dog gegenüber dem Vorgänger überall eine Schippe draufgelegt, hat überall verfeinert. Das ist für mich natürlich als Spielekritiker jetzt nicht eine Überraschung, aber es hat mich positiv gestimmt. Dazu gehören so Kleinigkeiten wie die Art und Weise, wie man in so einem Wald gesucht wird von den Leuten, dass die sich über Pfiffe kommunizieren, dass sie dann flankieren. Gefreut hat mich natürlich, dass die, rein spielmechanisch, dass die Hunde dabei sind als Suchelement. Dass man also von Hunden auch verfolgt wird und dass die eine Witterung aufnehmen und dass sie sich tatsächlich auch so verhalten wie Spürhunde. Das fand ich richtig gut. Aber das sind alles so Sachen, die sind noch nicht auf diesem großen Überraschungsniveau. Da würde ich dann wieder anschließen an meine Antwort davor, was mich richtig überrascht hat und war der Mut zu diesem Perspektiv wechseln, der dazu führen wird, dass man auch noch lange, lange über dieses Spiel diskutiert. Ziegelstein Zwölf fragt, muss man Left Behind gespielt haben, um einige Story Parts zu verstehen? Streng genommen muss man The Last of Us 1 nicht gespielt haben, um diesen Nachfolger, auch nicht die Erweiterung, um diesen Nachfolger zu verstehen, weil Naughty Dog auch immer wieder Rückblicke anbietet und die dazu führen, dass man zum Beispiel in die Kindheit von Ellie nochmal kommt. Dann gibt es natürlich auch Gespräche, die nochmal aufarbeiten, was passiert ist, sodass man, was den ganzen Story Bereich betrifft, durchaus weiß dann irgendwann, ach so, deshalb ist das für die jetzt so dramatisch. Andererseits kann ich nur empfehlen, wärmstens empfehlen, allen, die interessiert sind, tatsächlich, es gibt ja auch eine Remastered Version von The Last of Us, das tatsächlich komplett zu spielen, weil erst dann hat man auch persönlich, weil man ja auch Joel spielt dann, diese emotionale Anbindung an die beiden Charaktere und kann natürlich viel direkter, viel frischer nachvollziehen, was da gerade passiert. Also es ist nicht zwingend notwendig, aber für das volle Erlebnis ist es wahrscheinlich zuträglich, wenn man noch in frischer Erinnerung hat, was passiert ist. Magic79 fragt, was mich noch interessieren würde, in dem einen Trailer mit Parkhaus und Geschäft am Ende, wirkt alles so dynamisch und natürlich auch für den Trailer gescriptet. Ich habe mich damals schon gefragt, ob das genau so auch im Spiel vorkommen kann. Also die, gerade, ich denke mal, er spielt auch auf die Kampfsituationen an, auf diese Übergänge, die sind tatsächlich so erlebbar. Es gibt natürlich auch gewisse Skripte, aber sobald es zu einem Kampf kommt, kann der auf verschiedene Arten eskalieren und gewinnt dadurch eine eigene, also man führt quasi ja Regie dann in diesem Kampf, weil man entscheidet, rennt man auf den Gegner zu, was in diesem Spiel keine gute Idee ist in erster Linie, bleibt man in Deckung und die Übergänge, diese flüssigen Übergänge vom Fernkampf, also von dem Schussgefechten hin zum Nahkampf, die sind halt schon, also das erlebt man dann auch tatsächlich so und das ist in der Art der Darstellung auch innerhalb der Action-Adventure schon technologisch und dramaturgisch auch eine feine Sache. Wie das so ineinander greift, dass man das Gefühl bekommen kann, das könnte jetzt auch vielleicht ein Trailer sein, der geschnitten worden ist. Don Francis, 93, fragt. Was würdest du gerne als nächstes von Naughty Dog sehen, beziehungsweise welche Aspekte der Naughty Dog-Formel würdest du gerne erweitert haben und wo siehst du in dieser Art von Spielen noch Luft nach oben? Ja, das ist erstmal eine super Frage, finde ich. Sie hat natürlich einige Facetten, also es ist so, Naughty Dog ist ja als Studio, hat sich ja unheimlich entwickelt. Man denke halt an die Anfänger, an dieses heitere, fröhliche Jack and Dexter, was ich auch sehr gemocht habe, dieses Jump and Run, was schon dieses Abenteuer-Flair so ein bisschen hatte auch und was ja auch schon so ein bisschen durch den Sidekick dieses netten Dialoge hatte. Also, und auch eine Beziehung, eine erste. Uncharted war dann eine Tomb Raider-Alternative mit Indiana Jones-Flair, auch filmisch inszeniert. Und trotz der ganzen Sache, dass man da reihenweise auch Banditen letztlich umballert, hatte das sowas wie ein Räuber- und Gendarm-Flair, so ein Gangster-Flair meinetwegen, aber auch auf einem heiteren Niveau. Und es brachte halt technologisch, hat es gezeigt, was dieses Studio drauf hat. The Last of Us war dann tatsächlich einen Schritt weiter. Naughty Dog ist gereift. Naughty Dog wollte was Ernsteres erzählen, wollte mehr machen als dieses heitere Action-Adventure. Da darf man auch nicht vergessen, dass so ein Studio, wenn das auf diesem Niveau viermal so ein Spiel rausbringt wie Uncharted, dann hast du irgendwann einfach auch genug davon. Sowohl was die Artists betrifft, als auch die Developer oder auch die Storywriter. Irgendwann ist es dir ein bisschen über. The Last of Us war auch eine Möglichkeit für das Studio, sich dramaturgisch zu entwickeln. Das haben sie mit Bravour bestanden. Jetzt haben sie nach all den Jahren den zweiten Teil angeboten, der für mich nochmal eine Qualität mehr erreicht, der für mich eine Steigerung ist. Vor allem eben auf der Ebene des Storytellings. Und was macht Naughty Dog jetzt? Das ist eine gute Frage. Die Erwartungshaltung wächst natürlich. Ich glaube, es gibt Potenzial dafür, dieses The Last of Us in irgendeiner Form entweder zu erweitern und es gibt auch Potenzial für einen The Last of Us 3. Aber ich würde mir wünschen, dass Naughty Dog sich was komplett Neues überlegt, eine neue IP, die vielleicht auch dazu führen kann, dass man so alte Traditionen, die man mitschleppt, was auch die Spielmechanik betrifft, dass man die mal kompletter über Bord wirft. Ich persönlich, ich bin Rollenspieler, ich würde mich unheimlich freuen, wenn Naughty Dog in diesem Bereich was machen würde. Das wäre sehr ungewöhnlich, aber das wäre so ein mutiger Schritt, den ich befürworten würde, weil sie haben das technologische und auch das erzählerische Potenzial dafür und sie können Kämpfe inszenieren, vielleicht können sie auch auf eine gewisse neue Art Quests inszenieren und Erkundungen. Ich weiß es nicht, aber das würde ich mir wünschen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Naughty Dog jetzt demnächst im Zuge der kommenden Playstation 5 Präsentation spätestens zum Start dann auch sagen wird, woran man arbeitet. Also das wäre auf jeden Fall für die Spielebranche, also für den kreativen Bereich, wäre es natürlich cool, wenn Naughty Dog was ganz Neues macht. Daher wünsche ich mir das schon fast ein bisschen mehr als The Last of Us 3, zumal man auch nicht vergessen darf, dass das ganze Thema Endzeit-Apokalypse und auch Zombies im weitesten Sinne, man merkt auch bei The Walking Dead, bei der erfolgreichen TV-Serie, dass so langsam das Limit erreicht ist, dass die Leute vielleicht auch ein bisschen satt sind davon und ich kann mir auch vorstellen, dass die Naughty Dog-Entwickler, was das Thema angeht, eine Pause brauchen und dass es ihnen gut tun würde, wenn sie sich einer neuen Spielwelt und vielleicht auch einem neuen Spieldesign widmen. Jetzt habe ich so viel erzählt. Habe ich überhaupt was beantwortet? Du hast was beantwortet, du kannst gleich auch weiter beantworten. Schnitze mit Senf fragt. Geht in eine ähnliche Richtung, etwas allgemeiner gehalten? Die Frage hat jetzt nicht speziell was mit der Qualität vom Spiel zu tun, aber denkst du, dass durch The Last of Us Part 2 andere AAA-Studios sich mehr trauen werden, speziell was Storytelling, Plot-Entscheidungen und das Brechen von Konventionen betrifft? Das finde ich ist auch eine gute Frage, weil sie den Kern trifft, weil sie nämlich Richtung, also weil sie den Mut verknüpft mit dem, was Naughty Dog erzählt und mit der Art und Weise, wie das Storytelling aufgezogen wird, also auch mit den Perspektivwechseln, die ich jetzt schon zwei, drei Mal gelobt habe. Es ist immer so, dass sich die ganze Branche unbewusst oder natürlich auch direkt an dem orientiert, was erfolgreich ist. Das war schon immer so. Also ein Ocarina of Time hat für Jahre Zeichen gesetzt. Und um jetzt mal so in unsere Gegenwart zu kommen, die gefühlte, dann hatten wir, wir hatten ein GTA, wir hatten ein Witcher 3. Witcher 3 hat enorm beeinflusst, auch weil es so erfolgreich war. Man denke an die Souls-Reihe, die enorm beeinflusst hat. Und dieses The Last of Us, schon der Vorgänger hat, war ja auf seine Art, was Regie betrifft, sehr einzigartig. Dieser geht tatsächlich, und das ist das Gute an der Frage, der zeigt tatsächlich auf, was Spiele sich auch trauen können. Auch was Storytelling betrifft, was Charaktere betrifft, aber eben auch was aktuelle Themen betrifft. Da ist das Spiel übrigens, finde ich, immer noch relativ harmlos. Selbst dieses The Last of Us Part 2, was so in der Diskussion war, es würde angeblich irgendwie eine Geschlechterdebatte provozieren, es würde irgendwie politische Tendenzen verfolgen. Das ist, wenn ihr das jetzt alle spielt, werdet ihr merken, wie viel davon einfach nur Unsinn ist. Denn das, so weit geht dieses Spiel gar nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass Spiele so weit gehen. Ich würde mir wünschen, dass Spiele sich trauen, sowohl dem politischen Status Quo zu widersprechen, als auch irgendwelchen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Minderheiten oder gesellschaftlichen Interessen, die immer auch berücksichtigt werden wollen. Viel zu viele Spiele wollen alle mit ins Boot holen, dass sich bloß keiner aufregt. Ich würde mir Spiele wünschen, die genauso wie es in der Literatur der Fall ist oder auch im Filmbereich der Fall ist, die sich auch mal trauen, mit solchen Konventionen zu brechen, die vielleicht auch erzählerisch dann damit noch mehr Tabus brechen. Weil dieser Aufschrei war relativ eigentlich, also der war komplett überzogen für mich, wenn man bedenkt, wie die Erzählung eigentlich versucht, Leute mit ins Boot zu holen. Dabei müssten Spieldesigner das nicht. Sie könnten sich viel mehr trauen. Das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt, denn du versuchst, möglichst viele Käufer anzusprechen. Dann möchtest du möglichst wenig Leute ausgrenzen, allein was die Masse betrifft. Hinzu kommt ja noch dieses gesellschaftliche Phänomen, dass sich, sobald du dein Spiel präsentierst mit dem ersten Trailer oder so, sofort werden die Brenngläser und Lupen angesetzt, werden alle gleich respektiert, wird alles gleich dargestellt, wird irgendwas diskriminiert. Was ist da für eine politische Meinung? Ich kann das ja einerseits verstehen, aber andererseits darf das auch nicht dazu führen, dass wir immer nur wirklich den Status Quo verstärkt bekommen. Also ja, ich hoffe, dass sich mehr Entwickler trauen. Man darf ja auch nicht vergessen, es gibt schon Ansätze in der Art. Aber ich hoffe, dass sich durch den Erfolg von The Last of Us Part 2 mehr Studiosentwickler trauen, wirklich ihrer erzählerischen Vision zu folgen. Aka Tsuzaku fragt. Aus dem Test geht er vor, dass The Last of Us 2 noch düsterer als sein Vorgänger ist. Auf der einen Seite die Gewalt, auf der anderen Seite kommt dann auch noch hinzu, dass die Grauzeichnung der Protagonisten, Antagonisten weiter vorangetrieben wird. Ist das letztendlich nur die konsequente Fortsetzung dessen, womit man im ersten Teil begonnen hat, oder geht es so weit, dass man von einem kleinen stilistischen Bruch zwischen beiden Teilen sprechen kann? Das ist auch eine gute Frage. Ich finde, es ist letztlich eine stilistische Verstärkung dessen, was schon im Vorgänger in Konturen zu erkennen war. Aber man erinnert sich ja auch daran, dass die Gewalt, die Ellie als junges Mädchen erlebt hat, die ja unsere Zivilisation gar nicht mehr kannte, die ist ja in Quarantäne groß geworden, die kommt zum ersten Mal mit Joel zusammen raus in die Welt, also in die Wildnis, wenn man so möchte. Die kannte das ja gar nicht, wie man normal aufwächst. Und Joel kannte das noch und hat diese Bitternis in sich getragen, dass er persönliche Verluste hinnehmen musste. Und Joel ist ja abgehärmt. Der ist innerhalb dieser brutalen Realität selber brutal geworden. Und genau das wurde schon im Vorgänger thematisiert. Joel wollte quasi Ellie davor schützen, dass sie genauso wird. Er wollte nicht, dass aus ihr auch so ein brutaler Mensch wird, der er letztlich geworden ist, weil er sich auch ein Stück weit hingegeben hat, dieser Realität. Und Ellie hatte ja dafür gesorgt, dass er diese Menschlichkeit in sich auch wieder sieht und auch hinterfragt, was er gerade eigentlich tut, warum ihn die Gewalt so abgestumpft hat. Also das wurde vorgezeichnet. Und diese Grauzeichnung, die ja darin schon steckt, also dass diese Charaktere durchaus ambivalent waren und keine strahlenden Heroen, die sich einfach nur rächen und moralisch ist alles in Ordnung. Diese Grauzeichnung, die geht im zweiten Teil jetzt noch weiter und bezieht sich auch auf mehr Charaktere. Also es gewinnt noch eine Vielfalt. Deswegen sehe ich da durchaus keinen Bruch, sondern eher eine stilistische Verstärkung. Und dazu gehört auch, dass die Gewalt vielleicht nochmal anzieht, weil das wie so eine Art Finale ist, wenn man so möchte, was die emotionalen Wirkungen auch betrifft. Und die Gewalt hätte es gar nicht so gebraucht, streng genommen, in dieser Art, so in your face. Aber man muss auch sehen, das ist ein durch und durch amerikanisches Spiel. Es gehört mir zu der Welt. Und ich empfinde sie, ich nehme sie so auf wie in einem Comic, wo er auch bewusst überzeichnet wird. Und die Grauzeichnung der Charaktere, die unterschiedlich mit dieser Gewalt umgehen, die wird hier nochmal verstärkt im zweiten Teil. Dann kommen wir jetzt von Gewalt auf genau das Gegenteil. Und zwar fragt Triad Fisch. Was den ersten Teil für mich so gut gemacht hat, war der Wechsel zwischen knackigen und spannenden Kämpfen und den ruhigen Passagen, in denen man die zum Teil wunderschöne Kulisse genießen konnte und die durch die Dialoge zwischen Joel und Ellie aufgelockert wurden. Sind diese ruhigen, atmosphärischen, positiven Momente im zweiten Teil immer noch in derselben Qualität und Quantität vorhanden? Ja, auf jeden Fall. Damit ist dieses The Last of Us auch ein Spiegel Amerikas. Also wenn wir so über Amerika sprechen, ist es ja auch immer so dieses Land der extremen Gegensätze. Du hast diese wunderschönen Landschaften, diese vielfältigen. Andererseits hast du gerade aktuell natürlich diese gesellschaftlichen Konflikte und auch die Waffen, die da im ganzen Land für Unruhe sorgen, aber eben auch schon eigentlich fast schon seit dem Unabhängigkeitskrieg. Gleichzeitig hast du ganz tolle Initiativen in den USA und auch interessante Schriftsteller. Also was ich damit sagen will, auch dieses The Last of Us zeigt eben diese schönen Facetten Amerikas, was auch die Landschaft betrifft. Also auf keinen Fall ist es so ein depressives Spiel. Da gab es übrigens viel belastendere Spiele da draußen. Ich erinnere nur an Manhunt auf der einen Seite, wo man ja selbst gezwungen wurde, Täter zu werden. Oder auch an Condemned, das im Grunde durchgehend so eine düstere, schlimme Verfolgungs- und Gewaltrealität hatte. Ohne Lichtblicke. Da habe ich auch gemerkt, das wurde mir dann einfach irgendwann auch zu stumpf und zu depressiv. Hier ist das so, du hast Momente des Horrors, du hast Momente der Gewalt, aber die werden immer abgelöst durch Momente der Entspannung, der Gespräche, der Erkundung. Und die Landschaften sind einfach so wunderschön designt. Also das überflutete Seattle und auch von Pflanzen überwucherte Seattle ähnelt ja fast einem Dschungel wie in Uncharted. Man kann da tauchen, man kann richtig tolle Aussichten finden, die Ellie ja übrigens wie Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 dann auch zeichnet. Also die Ellie notiert sich auch schöne Dinge. Sei es Landschaften oder auch Tiere, die sie findet. Trotzdem ist es natürlich so ein Auf und Ab. Aber auf keinen Fall ist es eine Einbahnstraße in die gewalttätige Depression. Das wäre auch schwer zu ertragen gewesen auf Dauer. Also die Balance ist für mich, diese emotionale Balance ist auf jeden Fall gegeben und ähnelt dem Vorgänger. Dann kommen wir zu einer Frage, die wir mehr oder weniger auch schon beantwortet haben. Aber ich lese sie trotzdem nochmal vor. Und zwar fragt Dugu, gelingt es dem Spiel wirklich, die Gewaltorgie sinnvoll und nachvollziehbar zu begründen? Ist das überzeugend? Also das ist auch, ich habe auch das Gefühl, dass diese Gewaltfrage, dass die einige Leute jetzt wieder umtreibt, das kann ich auch verstehen. Andererseits habe ich das Gefühl, dass man da viel zu pädagogisch gerade rangeht. Letztlich ist natürlich, wie soll man das sinnvoll begründen, dass da ein junges Mädchen sechs, sieben Männer aufschlitzt, anspringt, absticht, Hunde killt und so weiter. Ich übertreibe jetzt auch mal ein bisschen, aber letztlich Sinn. Das ist ja auch immer so eine Sache. Letztlich ist es eine fiktive Welt. Es ist eine sehr brutale Welt. Also die Gewalt wird dadurch legitimiert, dass es in dieser Welt kein staatliches Gewaltmonopol mehr gibt. Also Elli und andere können da nicht zur Polizei gehen und sagen, wir werden da bedroht. Das heißt, eigentlich ist es ein wilder Westen. Also ein typisch amerikanisches Thema. Jeder nimmt das Gesetz in die eigene Hand. Diese Überzeichnung ist für mich ein stilistisches Mittel. Da kann man drüber streiten. Das ist natürlich, überzeichnet bedeutet ja auch schon, es ist unrealistisch. Es ist übertrieben. Die Story versucht natürlich dem Ganzen eine Erklärung zu geben. Letztlich gibt es ja zum Beispiel auch friedliche Siedlungen mit Kitas. Mit Schulen quasi, wo die Leute zusammenleben. Aber du hast überall auch immer dann diese Gefahr von außen. Was ist, wenn eine Bande kommt, eine organisierte, militärisch organisierte Bande und diese friedliche Siedlung überfällt. Deswegen haben alle da Waffen. Egal übrigens, ob Frauen oder Männer, die gehen zusammen auf Patrouille. Der Kampf, die Selbstverteidigung, aber auch das Töten ist ja dadurch legitimiert, dass da draußen auch die Mutierten lauern. Ähnlich wie Zombies, aber da hat ein Pilz dafür gesorgt, dass es sogenannte Runner gibt und Clicker, also monströse Kreaturen, die wie selbstverständlich getötet werden. Fast schon auf eine abgestumpfte Art. Und das kann man natürlich dann, das ist schon eigentlich genug erzählerischer Rahmen, finde ich. Also es ist keine anarchistische Komplett-Dystopie, in der die Gewalt der Selbstzweck ist, an dem man sich dann, ja, der für Spaß sorgt letztlich. Die Inszenierung der Gewalt, das darf man aber auch nicht vergessen, die ist unterhaltsam für mich, weil wenn man sich dieser fiktiven Welt hingibt und diese Gewalt da akzeptiert, dann ist die Inszenierung, dann muss man die Inszenierung auch letztlich loben, alleine aufgrund der technologischen Fortschritte, die da gemacht worden sind. Und man darf nicht vergessen, bei der Gewalt, die inszeniert wird, geht es nicht darum, dass man sauber 20, 30, 40 Kills hinlegt, um dann eine Statistik zu füllen, sondern da sind Kills dabei, da sind Tötungen dabei, die für ein gewisses Unwohlsein sorgen sollen, ja auch, laut der Entwickler, weil zum einen derjenige, der stirbt, einem kurz vorher noch ins Gesicht schaut und weil zum anderen die menschlichen Gegner, die man hat, die haben alle Namen, die haben, wie ich schon erwähnte, die haben eine kleine Biografie manchmal, die haben vielleicht Kinder gehabt, die haben auch geliebt, die hatten Träume, trotzdem gehören sie dieser verhassten Fraktion an, gegen die man gerade kämpft und Ellie sagt so Sachen wie, ich mache euch jetzt kalt, weil sie diesen Hass in sich hat, auf diese Leute. Und wenn sie dann jemanden tötet, dann kommt die andere Wache und sieht, dass zum Beispiel, die sagt dann, hey, Ralph wurde umgebracht, was ist da los, wer ist in unser Lager eingebrochen? Also es entsteht auch eine, es wird dafür gesorgt, dass es eine gewisse, dass unbewusst eine gewisse Empathie entsteht. In dem Moment, wo man sich über seinen Headshot freut oder über seinen Stealthkill, weil man so clever war, hört man dann auf einmal, dass man jemanden umgebracht hat, der Freunde hatte. Und das wird erzählerisch auch super zusammengebracht. Der Widerspruch bleibt natürlich bestehen. Und hätte ein europäisches Studium mit einem pädagogischeren Ansatz vielleicht, sage ich mal, das alles anders inszenieren können, ja. Aber letztlich, und das meinte ich auch mit dieser Tradition von Naughty Dog, mit diesem ganzen Räubern-Gendarm und mit diesem ganzen Wir ballern mal Gangster ab, das ist auch ein gewisser Teil dieser amerikanischen Spieltradition. Darüber kann man sich streiten, aber ich empfinde das innerhalb dieses The Last of Us Part 2 nicht als großen Bruch, sondern eher als letztlich über das Storytelling im Rahmen sehr akzeptabel. Vielleicht können wir an dieser Stelle auch nochmal den Talk zu Gewalt in Spielen empfehlen. Aber wir kommen jetzt schon zu den letzten beiden Fragen. Und zwar fragt jetzt Richardin Unter anderem wurde die Story im Spiel mit Game of Thrones Game of Thrones Staffeldracht Ach du meine Güte. Und die aktuellen Star Wars Filme verglichen. Hast du das nicht so empfunden? Falls nicht, kannst du diese Kritik nachvollziehen? Jetzt bin ich gespannt. Ich halte das für vollkommenen Quatsch. Also das ist so dieses typische und zum Schluss wurde es schlecht. Was man ja damit sagen will. Ich will jetzt auch gar nicht auf Game of Thrones eingehen oder auf Star Wars, wo man die aus unterschiedlichen Gründen da durchaus kann man da seine Punkte finden dafür. Aber auf The Last of Us bezogen halte ich das deshalb für Unsinn, weil ich sehe hierin einen ganz klaren erzählerischen Schritt nach vorne. Eine ganz klare Vertiefung und alles andere als eine Verflachung oder wir müssen jetzt schnell zum Ende kommen und lass uns am Ende nochmal irgendwie. Im Gegenteil. Also die Impulse, die gesetzt werden durch diesen zweiten Teil, die halte ich für dramaturgisch zumindest wesentlich wertvoller, um es mal so auszudrücken, als das, was in Game of Thrones oder Star Wars passiert ist. Das ist vielleicht mal ein anderer Talk wert. In einem anderen Fuch. Der Sepp fragt, mich würde interessieren, ob die Geschichte rund um Ellie zu Ende erzählt wird, beziehungsweise kann man mit einem dritten Teil rechnen. Da möchte ich, weil wir natürlich in diesen Antworten sind wir noch nicht auf diesem Level, dass wir Dinge, also wir müssen noch darauf achten, dass wir Leuten nichts wegnehmen. Also von daher hatte ich ja schon gesagt, dass wir, dass ich mir vorstellen kann, dass es noch einen dritten Teil gibt. Also es gibt Potenzial für einen dritten Teil, ja. Also es gab kein einziges Spiel da draußen, dass mich auf diese Art, es gab Spiele, die haben mich bewegt, über die musste ich nachdenken, es gibt zum Beispiel Shadow of the Colossus hat mich auch auf eine recht, auf eine sehr melancholische Art, auf eine sehr nachdenkliche Art dann auch, also es hat mich berührt und da habe ich mir auch gedacht, als ich die Kolosse in den Momenten, als ich diese wunderbaren, in Anführungsstrichen Wesen dann halt töten musste, das war auch so was, wo man, wo man reflektiert hat darüber, bis man sich letztlich dran gewöhnt hat und das Ende sehen wollte. Also Shadow of the Colossus hat mich tatsächlich länger beschäftigt, aber es gibt kein Spiel, dass mich, es gibt Spiele, die habe ich, da habe ich abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil es mir zu doof und zu depressiv wurde, das war zum Beispiel Condemned, das war auch düster angelegt und so weiter, aber da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, weil es einfach, weil ich mich, ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt, richtig. Aber es gab noch kein Spiel, das so dieses verbunden hat von, ja, ich musste den Controller zur Seite legen und musste mal eine Pause machen und ich musste wirklich durchatmen. Nicht, weil ich so schockiert war von der, doch, weil ich schockiert war, ich kann nur nicht, ich kann das jetzt nur nicht erläutern, aber es war nicht auf eine Art schockiert, wo ich mir dachte, mein Gott, brauchen wir das alles in unserer Spielewelt, sondern es war eher sowas wie, ach du Schande, wie soll ich jetzt damit umgehen? Das hat noch kein Spiel geschafft vorher, also, und vor allem hat kein Spiel das bis zum Schluss hinbekommen, das Finale ist ja auch immer so eine wichtige Sache bei uns, auch in der Bewertung und da gehe ich natürlich nicht drauf ein jetzt, aber auch da verlieren manche Spiele, die am Anfang so ein gutes Potenzial haben, verlieren ihre komplette Anziehungskraft manchmal in ihrem total bescheuerten Finale. Und es ist mir schon oft passiert, dass in den letzten zwei Stunden eines Spiels die Awards wegfielen, zum Beispiel, oder eben umgekehrt, dass in den letzten beiden Stunden eines Spiels erst richtig klar wurde für mich, dass das die allerhöchste Qualität ist. Und dieses Spiel erreicht genau dieses Wechselbad der Gefühle, das ich hatte, auf der emotionalen Ebene. Also ja, es hat mich emotional wirklich bewegt und vielleicht auch, man kann sagen, wie kein anderes Spiel zuvor, ja, das stimmt. Das klingt doch sehr gut. Und jetzt sind wir auch durch mit allen Fragen. Du hast es geschafft, Jörg. Okay, ich weiß, wir haben, also ich hatte, glaube ich, schon erwähnt, dass wir vielleicht, dass wir, glaube ich, 50 Fragen bekommen hatten. Ich glaube, das waren jetzt so 20 oder so. Ja, also wir haben, wir mussten leider ziemlich viel aussortieren. Wir haben versucht, natürlich Sachen, die doppelt sind, zusammenzupacken oder ähnlich sind. Genau, also ich werde versuchen, zumindest in dem Forums-Thread werde ich versuchen, sobald ich Zeit finde, noch das zu beantworten, was übrig war und was da jetzt vielleicht in diesem Video nicht beantwortet wurde. Und ich kann zumindest sagen, dass wir uns nächste Woche, es ist ja so, jetzt könnt ihr selber spielen. Interessant wird die Geschichte natürlich dann nochmal, wenn Leute durch sind und wenn man auch über bestimmte Dinge sprechen kann, natürlich unter Spoiler-Kennzeichnung, das werden wir dann auf jeden Fall spätestens, also in der nächsten Woche werden wir zum Beispiel noch einen Talk machen, auch mit anderen Redakteuren, die dann gespielt haben. Und wir werden einige Themen, wie diese Perspektivwechsel, die jetzt vielleicht immer noch so ein bisschen allgemein und vage bleiben, die werden wir auch noch besprechen. Also dieses Spiel bietet wirklich genug Potenzial für weitere Diskussionen. Gut. Dann bedanke ich mich. Ja, ich mich auch. Danke, Maja. Und euch natürlich für die Fragen. Genau. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch viel Spaß beim Spielen. Ja, das wünsche ich euch auch. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss. 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 Tschüss.